Anfang des Jahres musste Haydn Penetire einen tragischen Verlust verkraften. Ihr Bruder verstarb mit nur 28 Jahren. Nun gedenkt die Schauspielerin Jansen mit rührenden Worten. Es wäre sein 29. Geburtstag gewesen. Der 19. Februar 2023 war ein schwarzer Tag für Haydn Penetire, 34. Im Alter von nur 28 Jahren schied ihr jüngerer Bruder Jansen Penetire völlig überraschend aus dem Leben. Am 25. September hätte er seinen 29. Geburtstag gefeiert. In Gedanken ist die Schauspielerin an diesem besonderen Tag bei ihm. Haydn Penetire. Ich vermisse dich jeden Tag. Auf Instagram veröffentlicht Haydn Penetire ein Posting, das ans Herz geht. Wie nah ihr der schwere Verlust noch immer geht, wird aus ihren Zeilen deutlich. Happy Birthday, kleiner Bruder. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich werde dich für immer lieben, so die herzzerreißenden Worte, die die 34-Jährige zu einem Foto aus Kindheitsdagen teilt. Auf der Aufnahme ist eine frech grinsende kleine Haydn mit Brüderchen Jansen in Weihnachtsoutfits zu sehen. Die beiden sitzen zwischen eingepackten Geschenken vor einem geschmückten Tannenbaum. Natalia Jägerhova nimmt Anteil. Nicht nur zahlreiche Fans kommentieren den Beitrag der Amerikanerin. Auch Natalia Jägerhova, 49, hinterlässt ein paar emotionale Worte. Erinnere mich und behalte ihn für immer in meinem Herzen. Schreibt die Let's Dance-Teilnehmerin, die einst die Schwägerin der Schauspielerin war. Während Jägerhova 26 Jahre lang mit Vitali Klitschko, 52, verheiratet war, war Penetire von 2010 bis 2011 und erneut von 2013 bis 2018 mit dessen Bruder Vladimir Klitschko, 47, liiert. Aus ihrer Beziehung ging eine gemeinsame Tochter hervor. Jansen Penetire starb an Cardiomegalie, einer Vergrößerung des Herzens, verbunden mit Komplikationen der Aortenklappe. Wie die Familie des Schauspielers und Synchronsprechers kurz nach seinem Tod bestätigte. Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem strahlenden, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Witz. Hieß es in dem Statement seiner Eltern Leslie Vogel und Ellen Lee Skip Penetire sowie seiner Schwester. Sein Charisma, seine Wärme, sein Mitgefühl für andere und sein kreativer Geist werden für immer in unseren Herzen und in den Herzen aller, denen er begegnet ist, weiterleben. Um, 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 um.